3 1 1 1 1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 10 Das wäre das Ace, er tänzt um die Säule, nächster Hit und jetzt muss er nur noch Zeit raus und Chunky geht auch, reicht das? Das könnte reichen, es ist kein Klatsch! Oh ja, kann ihn da gut aufhalten, spielt das genau richtig, die AWP muss reinpushen, hat da aber anscheinend die Steps nicht so ganz gehört, vielleicht auch durch das Fackeln von Monotops so ein bisschen versteckt gewesen, sofort der nächste Schuss von Felix, kommt nochmal das 1 gegen 1, jetzt der nächste Fake, Bonga steht in der Smoke, sie suchen bei der Elevation, der Loskopf, durch die Smoke, was macht ihr denn da? Oh ja! Und mit 4 HP macht Sim die Runde Gülden! Nice, der hat mich mittlerweile auf 60 Kills hat, die ist besser bebrochen, als es noch beim letzten Mal der Fall gewesen ist, mit Rossi mit der Waffe, um richtig auszurasten, Swift macht nämlich für seine P250! Geiler Push vom ehemaligen Big Academy Spieler, mittlerweile schon länger bei den Sissy Statepunks, nimmt zum ersten Tauchenschein und sein AWP geht recht weit nach vorne und Spexy wird direkt das 1 gegen 1 reingebracht, Swift, der damit das Ace komplett macht, kommt aber über die Double Door und lässt die Füchse alt aussehen. Geilernhardt Geilerng� 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 Vielen Dank.